Auf der Wiesn zogen Bill Cowlitz und Mark Eggers alle Blicke auf sich, doch ihr Auftritt führte zu einer unerwarteten Schlägerei. Auf der Münchner Wiesn wird kräftig gefeiert und auch einige Promis lassen sich blicken. Tokio-Hotelsänger Bill Cowlitz, 35, sorgte mit seiner On-of-Liebe Mark Eggers, 37, für Aufsehen. Beide waren in Flirtlaune und zogen alle Blicke auf sich. Dabei kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Fans und Fotografen drängen sich. Der Trubel um das Paar war kaum zu übersehen. Vor Cowlitz-Box drängten sich zahlreiche Fans und Fotografen, die verzweifelt versuchten, das perfekte Foto zu schießen. Die eingeschränkte Fläche führte zu einem chaotischen Gedränge. Laut der Münchner Erbenzeitung kam es dabei zu einer lautstarken Auseinandersetzung unter den Anwesenden. Sicherheitskräfte verhindern Schlägerei. Die Situation eskalierte beinahe. Als sich die Streiterei in einen angrenzenden Seitengang verlagerte, direkt neben Cowlitz und Eggers. Doch ein aufmerksamer Sicherheitsmitarbeiter hatte alles im Blick und schritt prompt ein. Durch sein schnelles Handeln beruhigte er die Gemüter und verhinderte Schlimmeres. Der Urhebistar wird einen persönlichen Geist. Der Urhebistar wird sich in der Anwesenden.